Staatsministerin Melanie Hummel zu Besuch im beruflichen Schulzentrum Schwandorf. Gegenseitiges Verständnis schaffen und so die Völkerverständigung vorantreiben. Dies war eine der Kernbotschaften, welche die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales bei ihrem Besuch im beruflichen Schulzentrum Schwandorf vermittelt hat. So wertete sie auch das Austauschprojekt, welches die Schule mit dem Nairobi Technical Training Institute pflegt, als wichtigen Baustein beim Austausch zwischen den Ländern. Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern kamen noch weitere interessante Themen und Einblicke zur Sprache. So berichtete eine Schülerin, dass man im Unternehmen, in welchem sie arbeitet, Lieferprobleme bei den Schmierstoffen habe. Dies sei den global zusammenhängenden Lieferketten geschuldet, welche aktuell durch den Krieg in der Ukraine beeinflusst werden. Ein weiterer Schüler berichtete, dass man im Discount-Unternehmen, in dem er tätig ist, durchaus folgende Inflation merke. Die Menschen würden nun spürbar häufiger zur Discount-Ware als zum Markenprodukt greifen. Landrat Thomas Ebeling beleuchtete in seinem Grußwort den aktuellen Stand der Bauarbeiten am beruflichen Schulzentrum. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die dafür Sorge tragen, dass der Bau vorangeht. Ministerin Hummel und Landrat Ebeling besuchten anschließend noch zwei Schulklassen. In der einen zeigten die angehenden Elektrotechniker und Mechatroniker ihr Können an einer vollautomatischen Fertigungsstraße für ein Smartphone. In der anderen Klasse traf man auf motivierte junge Menschen aus der Ukraine. Sie präsentierten stolz ihre beträchtlichen Deutschkenntnisse, die sie seit ihrer Ankunft in Deutschland erwerben konnten. in der ersten Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020